Was ist Product Placement? Wie immer zwei Möglichkeiten, mit solchen Fragen umzugehen. Einmal für das Hilfsverb hier ein Vollverb. Was bewirkt Product Placement? Wie läuft es ab oder so etwas? Oder man findet hier direkt ein Synonym für Product Placement. In dem Fall gibt es ein wunderschönes Synonym. Product Placement ist Requisiten-Reklame. Requisiten-Reklame. Nichts anderes. Product Placement klingt natürlich viel, viel besser als Requisiten-Reklame. Aber es ist im Prinzip genau das Gleiche. Also, wie funktioniert das? Was ist Product Placement? Product Placement bedeutet das. So könnte man die Kurve kriegen. Bedeutet, Komma, dass man unauffällig Produkte, Produkte bestimmter Hersteller, die dafür bezahlen, dass man unauffällig Produkte als Teil eines Films platziert. Auffällig, unauffällig, ganz klassisch hier James Bond. Das ist ja ein einziger Product Placement. Orgie. Ja, da benutzt er ja auch eine bestimmte Uhr, ein bestimmtes Mobiltelefon und, und, und. Und das wird natürlich sehr gut bezahlt, so etwas. Das ist Product Placement. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.